Hey Kinder, was geht denn bei euch ab? Junge, willkommen zu Zompokalypse. Zomp-Zomp-Zompokalypse, ja Zompokalypse. Ein kleines Indie-Spiel-kostenloses Pipi-Game. Ich hab ja gesagt, ich mach jetzt wieder ein paar Horror-Games. Ihr habt's ja gewünscht, wisch. Aber wir fangen erstmal klein an. Ich will mich jetzt nicht total einscheißen. Das ist noch ziemlich, das ist doch gar nicht, das ist gar nicht so arg. Startgame? Natürlich Nightmare, hallo? Wir sind ja keine Pussies. Ene, me, ne, mu und raus bist du. Are you ready? Fight. Trainstation, lächerlich. Playstation, pff. Also, man ist ja dieser Knilch. Man kann die, man kann Waffen aufheben. Zombie-Dotschlager, circa so. Guck mal, wie einfach das ist. Und das soll Nightmare sein. Uuuuh. 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 Okay, okay, okay. Ah, das ist natürlich, das ist natürlich jetzt nicht so, äh, schwer. So. Guck mal, du f***g. Guck mal, du f***g. Guck mal, du f***g. Guck mal, du f***g. Alter, minus 14 life. Wie geht das denn? Minus 500 Puls habe ich. Gleich. Pissers, ich will f***g. Oh, nachladen ist immer schlecht. Irgendwie, weil man rennen kann, diesen Ochs. Nein, nein, nein. Ich werde immer hier unten festgenagelt. Das sind doch Zombies und keine Handwerker. Mensch ist China. Also, bum, aufgehoben. Ist mir scheißegal, was mit euch passiert. Ist mir sowas von egal. Wie? Man kann hier nirgendwo hin. Are you f***g kidding me, bruh? Natürlich in Zeitloop-Modus nachladen. Warum auch nicht? Es macht so Spaß, langsam nachzuladen. Und mein Mann wiegt... Fuck. Mein Mann wiegt 78 Kilogramm. Mein Zug fährt um 8. Na, wer kennt's? Mein Zug fährt heute nicht. You gonna die all the time, because my name is... Bam, bitch. Bam, ah, bam. You can't hit me, you can't hit me, because I'm a crazy man. You can't just hit me, f***g Zombies. I'm a crazy man, you know. I'm gonna f***g you up. Es war doch mal gewünscht von euch, dass ich ne Folge auf Englisch halte komplett. Shit, bruh. Shh. Natürlich, jetzt haben sie mich wieder am Sack. Pisst euch jetzt. Oh, Medikit, Medikit. Noch ein Medikit. Voll einfach auf einmal. Oh, f***g. Ist Nightmare vielleicht doch ein Tick, ein Tick zu schwer? Ich hab einfach behindert. Ich hab vorhin die ja testweise gespielt und da war es natürlich ganz einfach. Ah, f***g. Das war... Guck mal, guck mal, guck mal, wie ich schlange und er stirbt hat. Die Nightmare ist viel schwerer als die andere Scheiße, Junge. Ich bumm euch um. Bam, bam, bam. Warum schieß ich überhaupt, Junge? Schläger forever und so. Ui, kannst du das Keto sehen? Kannst du sehen, ob du das sehen kannst. Ähm, Zapalot. Bah, oh, Flammenwerfer. Habt ihr keine Chance mehr, ihr Bitches, ihr Fetten? Voll einfach und so, hey. Also, ich hab ja schon lange nicht mehr so was Leichtes, wie dieses Spiel erlebt, ja? So, als würde ich meine Nichte eine Nutscher klauen. Mama guckt sie mich an und sagt, Onkel, nein. Dann sag ich, doch. Und einige wissen, dass ich meine Nichte Sibylle nenne meine Nichte Sibylle, obwohl sie nicht Sibylle ist. Dann sag ich, doch Sibylle. Dann sagt sie, Onkel, nein. Manchmal sagt sie auch Jan, also meinen Namen. Weil wehe, die nennt mich anders. Nur ich darf andere, äh, nur ich darf Leute anders nennen. Grenades? Na, findet ihr das Spiel auch ganz schön spooky? Ja, gell? Ähm, are you crazy, bro? Oh, fuck. Nein, lad doch 100 Jahre nach erst mal, du Pisser, Mann. Warte mal, meine Waffe. Ich, wenn ich sie langsam nachlade, sterbe ich vielleicht schneller und kann sterben. Try again. Das ist jetzt rechts, diese Anzeige, do-di-do. Diese rechte Anzeige da, ne, in der Kamera. Halt auf, um die Kamera zu gucken. Diese hier, die da. Ach, guck mal, die ist sogar jetzt da. Oh, nein, jetzt ist sie wieder ganz unten. Piss doch, ich hab Angst. Hört mal auf. Hey. Uh, hallo. Ja, natürlich. Ich bin der Alfred. Hm? Da krieg ich auch noch einen hier drauf. Gerade, wenn ich nachlade. Natürlich, Alfred. Natürlich. Ja, Flammenwerfer. Seid ihr geliefert? Ja, ich zähne euch an, jedes Mal, wenn ihr da seid. Wo, Medipacks, bitte. Oh, komm. Das, 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 das so wackelt. Oh, oh. Oh, die treffen mich. Dann hab ich kurz, kurz einen Anfall. Einen Hodenanfall. Es ist wieder keiner da, der Medipack droppt. Das ist wirklich grandios mit euch hier. Bitte verbrenne im Wasser. Auf, komm. Du hast einen Medipack dabei. Natürlich nicht. Habt ihr Medipacks dabei? Wie sie springen. Wie sie springen. Diese Springbohnen, diese verschissenen. Ah, langsame, dicke. Sehr gut. Das, äh, kann ich natürlich befürworten, sowas, ja? Langsame, dicke, äh, Zombies. Was waren denn diese roten? Alfred wieder, der rote, ha? Ist das da all? Ja, Medipack, meins. Geht weg, geht weg. Öh, die können mit Feuer spucken. Was sind das für Zombies? Peng, sag ich dann nur. Mehr sag ich gar nicht, ja? Peng. Die kleinen, die kleinen sind die tricky. Die sind tricky, wisch? Medipack, meins. Oh Gott. Um, um Schniedels Willen. Tja, jetzt bin ich schnell und schnell. Wie ein schneller Mann, der schnell ist. Kurz nachladen, kurz nachladen. Lass mich kurz nachladen, bitte. Danke, danke. Ja, klar. Ein schneller, Vorsicht, ein schneller. Noch ein schneller, Vorsicht da oben. Noch ein schneller. Und noch ein paar andere schnelle. Äh, Vorsicht. Feuer, Feuer, ich brauche Feuer. Uh, ich mach's einfach mit einer Granate, weil ich's übelst drauf hab. Ich hab gehört, dass ich's übelst drauf hab. Schau, ein Flammenwerfer dabei, wisch? Damit kann ich die alle abbrennen, du. Ich hab das im Gude. Natürlich, er lädt erst mal zu Ende nach, weil er wie immer der coole Horst ist. Ich hab doch gleich geschafft. Dann hab ich ein Level of Nightmare geschafft. Ich würd sagen, dann ist die Aufnahme-Session für dieses Spiel auch beendet. Dann kann ich ja mal dieses andere Hardcore-Game anfangen. Ich hab jetzt schon Angst. Na schon. Dann hab ich's geschafft, oder? Präti von 6.50, ja, Präti von 6.50, ja. Gut, ich bin ziemlich gut, ich sag's mal so, ich bin sehr, sehr gut. Horror-Games und sowas, eklig, hä? Wie meint das denn jetzt so mit? Also ich fand's nicht schlecht, wisch? Also ich fand... Jetzt nicht so wie Erie oder sowas, so Horrormäßig, sondern das war jetzt, äh, sehr, sehr weh. Oh, sehr, sehr wenig Horrormäßig, wenig. Guck mal, das ist von meinem Mäuschen, da. Das ist nicht zieh, das hab ich immer hier hängen. Also vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Wollte mal mich abonnieren. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben. Ja.